Cardano Breakout, welche Möglichkeiten wir jetzt aktuell haben und welche Bereiche wir für potenzielle Bodenbildung anvisieren, schauen wir uns jetzt hier gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen Servus und herzlich willkommen zum heutigen Cardano Spezialupdate von Trading & Air. Bevor wir anfangen, wie immer noch ganz kurz der Hinweis, unsere wichtigsten Links sind alle in der Videobeschreibung hinterlegt, heißt einmal zu Budget, um euch einen Großteil an Gebühren zu sparen, sowie unsere regelmäßigen Events nicht zu verpassen, unsere kostenlose Telegram-Signalgruppe für einmal Signale und natürlich auch Sport-Bortfolio-Käufe und eben auch die Talk-Gruppe für den Austausch in der Community. Damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Cardano notiert aktuell bei den 48,41 Dollar Cent, ist damit gesehen auf die letzten 24 Stunden mit 4% im Plus. Wenn wir aber rübergehen auf die letzten Tage, sehen wir noch, sind wir aktuell noch 5,8% ca. im Minus. Market Cap 17,25 Milliarden US-Dollar, dementsprechend nach wie vor Cardano ein Coin der Top 10 im Altcoin-Bereich. Wir gehen direkt rüber in den Cardano-Chart, beginnen hier erstmal auf dem Weekly-Timeframe. Grundsätzlich ein Cardano-Einkoin, bei dem wir als einer von den wenigen Coins, wo wir hier ein übergonnenes Leading der eigenen Reihen zählen, heißt hier eine impulsive 1, korrektiv runter in der 2, eine impulsive 3, korrektiv runter in der 4 und jetzt eben nochmal einen Impuls hier in Richtung High-High erwarten würden. Wenn wir da jetzt einfach mal unseren gesamten Impuls, heißt seit unserem Low hier drüben, bis von der gelben 3 hier eben schnappen, an die gelbe 4 anlegen, ist das 0,618 ein Level, was sehr oft im Bulldogan angelaufen wird, kommt hier rein bei den 5,82 Dollar. Das wäre für unseren aktuellen Preis dann hier nochmal ein Anstieg von ca. 1300%, kann sich auch sehr gut ausgehen hier mit einem weiteren Touch unserer Resistance Line hier oben. Nach unten raus werden jetzt auch hier nochmal Bereiche relevant und zwar, wir müssen mal ganz kurz hier ungefähr bemessen, ca. hier die Region 39 bis, je nachdem wie schnell wir runterkommen, 37 Cent, das wird für die spätere Analyse auf alle Fälle nochmal relevant. Bevor wir jetzt aber in die genauere Analyse einsteigen, wie immer noch kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen oder eben auch Sportprofilekäufe tätigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram Signaler Group up to date. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie immer muss natürlich dazu gesagt sein, das Ganze ist keine finanzielle Anlageberatung, so traden wir, ihr könnt die Trades nachmachen, müsst das natürlich nicht. Wir traden hier auf Budget, gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch über den registriert, jetzt spart ihr euch, wie im Intro erwähnt, einen Großteil an Gebühren, unterstützt natürlich den Kanal und habt hier Zugang zu unseren regelmäßigen Events. Talk & News Gruppe ebenso verlinkt, wenn ihr euch für den Austausch in der Community interessiert oder unseren kleineren Trade-Ideen und Updates eben nicht verpassen möchtet. Gut, jetzt geht es aber wirklich runter ins Geschehen auf den Daily Time-Film. Unsere gelbe 5 teilen wir nochmal auf, und zwar gehen wir glaube ich zur Aktie runter von 4 Stunden genau, in den orangenen Count. Heißt, wir gehen einmal davon aus, dass wir hier eine impulsive orangenen 1 bis hier drüben zu unserem High reinbekommen haben, Untercount könnt ihr in blau entnehmen und kommen aktuell runter in unserer orangenen Welle 2. Diese unterteilen wir hier aktuell nochmal primär im WXY. Zum letzten Video hatten wir es noch im ABC-Account, da komme ich gleich nochmal dazu, inwiefern sich das jetzt vom Untercount nochmal ein bisschen geändert hat. Grundsätzlich aber weiterhin hier eine dreiteilige Struktur, hier eine korrektive Struktur und kommen jetzt aktuell eben in der letzten Bewegung eben nach unten, um unsere orangenen 2 eben auszubauen. Transparenterweise muss man sagen, wir hatten hier in der 56-Dollar-Cent-Region nochmal eine sehr kleine Tranche unterlegt. Die Tranche hat einfach den Sinn gehabt, dass wir uns hier von einem Doppel-One-Two abgesichert haben. Heißt hier einmal ein One-Two wäre eben möglich gewesen, das Ganze zu zählen und dann eben hier nochmal ein One-Two. Heißt, das haben wir einfach eben im Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit eingekauft. Gut, sind wir jetzt eben im Endeffekt durchgebrochen, hatten auch gesagt, sobald wir die 50-Cent rausnehmen, sieht es schon sehr bearish aus. Dass das dann noch ein Doppel-One-Two ist, ist sehr unwahrscheinlich. Dahingehend bleibt diese Erwartung jetzt aktuell unsere primäre, ein WXY aktuell nach unten, wo wir jetzt auch bereits unseren nächsten relevanten Bereich gehettet haben, der hier genau reinkam bei den 40-Cent. Hier kommt einmal unser orangenes 0,5er rein, heißt unser reguläres FIP hier eben über diesen Bereich angelegt und unser 1,618er angelegt über unser WXY. Dementsprechend hier wirklich ein sehr interessanter Bereich gewesen. Was jetzt noch relevant ist, ist auf dem kleineren Timefall, wenn wir rübergehen auf den Binance-Chart, da sieht man das Ganze ein bisschen besser, haben wir nämlich aktuell zwei Optionen. Also wie gesagt, hier oben ist unsere X gefunden und jetzt gibt es aktuell zwei Optionen. Option 1, unsere bullische Variante, dass wir das Ganze im A, B, C runtercounten. A nach unten, B im Triangle und dann jetzt eben hier unsere C bereits. Dann haben wir auch den Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit unsere, ja unser One-Two-One-Nouship ist 1,2,618 perfekt gehittet. Dann wäre hier aber bereits der Boden hinterlegt. Ist aber aktuell nicht unsere primäre Erwartung. Kann sich natürlich noch ändern, aber das Ganze sieht hier oder hat einfach, muss man ganz klar sagen, eher korrektive als impulsive Züge. Man müsste jetzt hier schon bereits, glaube ich, zwei oder drei One-Tos reinzählen, dass das Ganze hier eh überhaupt bullisch aufgelöst werden könnte. Dahingehend, das Ganze zwar möglich, da müssen wir jetzt wirklich hier Zeiten nach oben und raus durchpumpen. Was wir eher sehen und was auch mit dem gesamten Altcoin-Bereich besser passt, ist folgender Count, dass wir hier sagen, wir haben hier eine A, also selbe A reinbekommen, eine B hier nach oben, die wir auch damals bereits ganz gut callen könnten. Hier bereits unsere 68 Cent eben in Kombi mit unserem roten One-Two-One-Nouship gehittet und dann jetzt aktuell runter in der C. Heißt, wir würden das Ganze hier dann nochmal impulsiv counten. Eine Eins nach unten, eine Zwei nach oben, eine Drei nach unten und jetzt aktuell in der Vier. Dementsprechend würden wir in diesem Count nochmal ein weiteres Lower Low erwarten. Und da werden dann eben die vorhin genannten Bereiche auf dem Weekly-Timefall nochmal relevant, denn hier kommt unser Golden Pocket, der Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, rein in der Region von den 36 Cent. Das kann sich sehr gut ausgehen, nochmal mit einem weiteren Touch unserer übergeordneten großen Support dann auf dem Weekly. Deshalb dieser Bereich sehr, sehr interessant für potenzielle Bodenbildung hier eben bei Cardano. Was man aber ganz klar dazu sagen muss, hier würde theoretisch ein minimales Lower Low ausreichen. Wir können dann die Bereiche bestimmen, wenn wir wirklich sagen können, okay, unsere Türkise 4 ist hinterlegt, das muss aktuell noch nicht sein. Die ist aktuell, glaube ich, circa genauso lang wie unsere Türkise 2. Was wir jedoch machen können, ist mal hier für die Türkise 4 unsere Bereiche reinladen. Und zwar nehmen wir uns mal ganz kurz hier unser reguläres Fibonacci-Retracement-Tool, machen das Ganze kurz türkis, dass es übersichtlicher ist. Da haben wir jetzt perfekt unser 0,5er gehittet bei den 50 Cent. Wenn wir jetzt noch höher kommen, kann noch unser Golden Pocket relevant werden bei den 53 Cent. Wenn wir das aber rausnehmen und vor allem, wenn wir das impulsiv rausnehmen, dann scheint es schon sehr so, als wäre unser Boden gefunden. Dann handelt es sich hier wahrscheinlich um diesen Count. Heißt, dass wir hier unseren Boden gefunden haben und jetzt aktuell bereits im Doppel-One-Two sind. Wenn wir diese Bereiche, die gerade genannten, bis zu den 53 Cent nach oben und raus nicht verlieren, bleibt weiterhin unsere Erwartung, dass wir hier nochmal ein letztes Lower Low bei Cardano brauchen. Heißt, das Ganze dann hier eben 1, 2, 3, 4, 5. Dementsprechend würden wir dann hier nochmal ein letztes Lower Low erwarten. Mindest-Target ein marginales Lower Low hier unter den 40 Cent. Bereich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit würde ich reinkommen bei den 36 Cent. Heißt, dieser Bereich 40 bis 36 Cent. Sehr starker Support hier für Cardano. Sowohl hier auf dem kleineren Timeframe, als auch übergeordnet auf dem größeren Timeframe. Denn wenn wir jetzt mal sagen, okay, unsere Türkise 4 ist bereits gefunden, können wir nämlich mal folgendes machen. Unsere Türkise 1 schnappen, hier einmal anlegen. Das Ganze natürlich auch hier kurz türkis machen. Dann sehen wir hier bei unserer 1,6 Cent Achter auch in der Region von unserem Golden Pocket. Also hier wirklich einige schöne Überschneidungsbereiche in diesem Bereich. Dahingehend, dass der wirklich aktuelle, primär favorisierte Bodenbereich eben für Cardano. Heißt, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wir gehen, also es gibt zwei Optionen. Option 1, unser Boden ist bereits gefunden. Das wird aber nur relevant, wenn wir jetzt hier zeitnah die 53 Dollar Cent nach oben und raus verlieren. Oder bis das geschieht oder bis das eben nicht geschieht, gehen wir davon aus, dass wir nochmal ein letztes weiteres Lower Low benötigen. Dann mindestens unter die 40 Cent, eher sogar in Richtung 36 Cent. Das können wir dann ganz von der internen Struktur abhängig machen. Und wenn wir hier dann eben nochmal Sportportfolio-Käufe tätigen, halten wir euch natürlich in der kostenlosen Telegram-Signal-Gruppe up to date. Das soll an der Stelle auch schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Sollten noch Fragen zum aktuellen Count, zu den wichtigsten Levels offen sein, uns gerne entweder in den Kommentaren oder in der Talk-News-Gruppe wissen lassen. Und damit würde ich sagen, Tradingner ist raus. Wir sehen uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Update-Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.